Na komm. Vorher machen wir die jetzt schon zum zweiten Mal platt. Krieg, Leute, Krieg! Geil, ich bin ja noch im Frieden mit ihr. Aber warum? Ich bin ja noch im Frieden mit ihr. Die fahr ich jetzt schön in ihren Hafen und mach dann auf Krieg, Alter. Richtig assi. So richtig assi. So muss das, Leute. So muss das. So. 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 Jetzt fahren die alle wieder raus. Warum? Die trinken heimlich, Leute. Guck mal, die fahren raus, um umzudrehen und fahren dann wieder rein. Laufen, Koordinatmann. So. Diplomatie. Krieg. Ich bin bereit, meinem Vater zu folgen. Jetzt werden wir jetzt sehen. So. 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 Zumindest sterbe ich nicht durch den Schreck. Mehr als bereit. Bewegungsgeschwindigkeit. Besiegte Piraten. Flotte erwartet Befehle. Lass gut sein. Wir sind schon tot. Die zahlt mir sogar 20.000. Machen wir. Die Menschen lassen sie hochleben. Flotte legt ab. Okay. Eine Produktion wurde angehalten. Jaja, du mit deinem Scheiß da oben. Wie lange ist es bei ihm noch, Waffenstillstand? 22 Minuten. Eieie. So. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Wir machen langsam Platz hier. Wir machen langsam Platz. Die Produktion wurde angehalten. Sie ist sogar komplett verschwunden. Und ich glaube, ihn werde ich halt auch noch vom Dings fegen. Vom Acker fegen. So, die fahren wieder nach Hause. Dann könnten wir jetzt wieder zur Kap gehen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ein Schiff erster Klasse. Stehen jetzt viel zu viele Schiffe. So. Achso, hier wollten wir den Weg noch zu Ende bauen. Können sogar Dings bauen hier. Warte, das ist ja Quatsch. Hier einen normalen Weg, weil da muss er ja nur verbunden sein. Und hier diese... Diese Wege, die so schnell sein müssen. Die mal... Die mal... Scheiße, ich hab keinen Stein mehr. Wir haben noch irgendwo Steins gefällig drauf. Floppe bereit. Eine Produktion wurde angehalten. Warum hören die dann eigentlich immer auf? Müsst jemand verraten. Spielstand gespeichert. Umschalten, um Arbeitskraft vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Damit es schneller fertig wird, oder was? So. Aber warum ich immer so noch so der Niemiesen bin, verstehe ich auch nicht. Da muss doch hier schon wieder irgendwo Mangel sein für irgendwas. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Die haben zum Beispiel keine Konservendosen. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Hauptaugenmerk liegt ja auf der Insel hier. Forst fehlt! Aber... Hab ich genug Schwein? Wir haben genug Schwein. Das heißt, ich baue nur mal ein paar Metzgereien jetzt hier hin. So. Das gleich mal aufrüsten hier. Zack. Nochmal. Toilettenpapier und Fell. Mensch, ich will doch nur mal scheiß Investoren da kriegen. Vor allem irgendein Schiff hat er doch hier noch... Irgendein Schiff hat er doch hier noch Wurst. Ich möchte daran glauben, dass sie ein Gewissen haben. Neue Befehle? So, guck mal. Jetzt haben wir Wurst. Jetzt können wir die noch updaten hier, oder? Komm schon! Die haben jetzt genug Wurst. Mach! Jetzt dürfte da jetzt hochgehen, Wurst. Guck mal. 25. Nimm dir jetzt Wurst weg und dann lass mich dich updaten. Das ist ja nur Zufriedenheit. Rum brauche ich ja gar nicht. Ich brauche 30. Erstmal diese scheiß Investoren halt erreichen. Das ist ja das Hauptziel. Und dann 500 Ingenieure. Meine ich doch. Ingenieure meine ich. Nicht Investoren. Investoren kommen danach, oder? Hatte ich tatsächlich noch nie. Aber irgendwie reicht denen die Wurst noch nicht. Aber ich sollte vielleicht auch hier trotzdem mal... ...minigstens zwei noch. So. Wurst ist steigend. Perfekt. Die Waffenruhe wurde beendet. Endlich, ey. Endlich geabdeetet. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Flop. Müssen wir gucken. Müssen wir hier nicht die Leute zu doll fehlen. Wenn das eine strahlende Metropole werden soll, bedarf es noch einiger Ergänzungen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Hauptstadt, Leute. Hauptstadt. So, Mission haben wir erfüllt. Nächste Mission wäre Kraftwerk. Erhöhen Sie den Vorrat an Glühbirnen. Haben wir nicht schon 50.000 von den Typen? Eine Produktion wurde angehalten. Das wäre so lustig. Das war gar nicht die Stadt. Irgendeine Stadt hatte ich noch, äh, hatte ich doch schon 50.000. Naja, jetzt sei mal hier nicht so schickimicki und so. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar normale Häuschen. Eine Produktion wurde angehalten. So. Warum das da auch immer die ganze Zeit anhält, weiß ich auch nicht. So, Ingenieure, wir sollen ein Kraftwerk bauen. Was brauchen wir denn dazu? Öl haben wir auf der Insel auf jeden Fall. Ja. Dann brauchen wir eine Eisenbahnschiene. Ermöglicht den Transport von Öl per Zug. Ein Öldepot. Im Hafen. Okay. Der Metallpflug hat einiges geändert. Ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll. Spielstand gespeichert. Das alles mal umzulagern von der alten Welt ins Kap. Weil hier haben wir halt 490 Bits Stahlbeton. Letzter Blick. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Warte mal, mal gucken, was das kostet. 75, Laberababer. Einfach nur irgendwas Positives, was wenig kostet. 15. Sicher lesen die Leute nicht zwischen den Zeilen. Hopfnungslosigkeit. Der Mangel an Bier aufgrund... Ja, wo ist denn ein Mangel an Bier? Natürlich wissen Sie, die Ingenieure verspotten meine Kunst. Aber wahre Schönheit liegt nicht in den Sichten. Wo ist denn Biermangel? Da geht es jetzt auch runter, aber... Soll ich hier Bier überhaupt anpflanzen? Ne, war da ja gar kein... Achso, hier könnten wir beim... Bei der Insel könnte man hier, ähm... Guck mal, sieht das nicht schön aus? Jetzt könnte man halt tatsächlich das rüber lagern. Können den jetzt eh noch nicht angreifen. Komm, das machen wir jetzt. Den Stahlbeton. Alles, was so wertvoll ist. Was die jetzt hier so brauchen. Alles, was die so brauchen. Guck mal, Schoko, Schoko, Schoko. So... Giebe verfolgen, machen wir. Ja, klar können wir ja... Oh, das war nicht erfolgreich. Lauter Holz. So, was nehmen wir noch mit? Schokolade haben wir. Wo ist denn der Beton? Da. Weil den brauchen wir jetzt halt in der neuen Welt. Also im Kap. Von daher. Bei der Insel hier bauen wir nämlich eh nicht weiter. Segel setzen. Erledigt. Sind unterwegs. So. Einmal noch. Kurs setzen. Noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen. Können wir die Strecke eh einmal fahren. Dann nehmen wir gleich noch Bier mit. Dann nehmen wir gleich noch Bier mit. Weil das hier auch runterfällt, wa? Krass. Noch irgendwas? Seife haben wir noch genug. Wahrscheinlich bei dem anderen auch genug. Warte mal, Würstchen. Würstchen waren noch Mangelware. Steuermann. Vorhin so viel Schiffe, ey. Das soll endlich mal jetzt wieder frei werden, damit ich den gelben... Ha. Damit ich den gelben wieder weg machen kann, ey. Wie lange noch? Sechs Minuten. Nice. Da können wir eigentlich schon mal auf dem Weg da hinfahren. Da können wir eigentlich da schon mal hinfahren. Neue Ziele. Äh. Jawohl. Und zwar einmal hier. Ah. Hier hat er auch schon richtig viele... Äh. Dings hingebaut. Ja. Ich werde ihn jetzt hier vernichten. Ich werde ihn jetzt in der alten Welt hier auch noch platt machen. Ich hätte eigentlich Bock, den komplett platt zu machen. Dann hat man wenigstens seine Ruhe. Also den kompletten NPC zu vernichten. Jede seiner Inseln. Das wäre doch eigentlich mal jetzt... Angebracht. Das schaffen wir heute noch. So. Ganz kurz gucken hier. 3-0, Alter. Nice, Mann. Digga, das wird der erste... Der erste, allererste Wettschein, den ich mal gewinne. Ha. Oh, da sind sie ja schon da. Oh, jetzt hat er aber seine Schiffchen hier auch geholt. Lotte segelt in Formation. So, und die mal alle übersetzen. Ins Kap. Yes. Ob die das da jetzt schaffen, ist auch die andere Frage. Guck mal, ich habe ja noch ein bisschen Geld. Das königliche Prunkstück. Kampfdeck bereit machen. Perfekt, die haben es noch rechtzeitig geschafft. Ist schon ein bisschen assi, aber... Aber Wayne. Überall hat er gleich seine scheiß... Kanonen da hängen immer. So, die fahren... Die sind auf Übersee, das ist schon mal gut. Okay. Warum sind die eigentlich so langsam? Der Admiral. Lauf den Koordinaten an. So. Boah. Boah, der hat schon wieder gut aufgeholt, wa? Wirtschaft und so. Na, doch tausend Inseln, der Sack. Neue Ziele. Ich hab da eine fette Gelegenheit. Sieh an. Jetzt zeig. Mehr als bereit. Wir schlingern ins Ungewisse. Wir schlingern ins Ungewisse. Bringen Sie uns auf Kurs. Der Sturm, dieses Unwetter übersteigt alles, was ich bisher... Äh, was ich bisher erlebt habe. Glauben. Beten, dass die übliche Methode funktioniert. Navigation, guck mal. Hat funktioniert. Perfekt. Nächste Runde. So, was jetzt hier? Zwölf Sekunden. Elf, zehn. So, Leute. Feuerwerk. Flotto bereit. Die Waffen... Ha, ha, ha. Schiff, Schuss. Die Schreie rastet schwer auf ihn. Lass uns jedenfalls nicht... Legion, viel, viel Dank für sieben Monate. We sub. Dankeschön. Sieht ganz schön unfair aus, sagst du. In die Takkelage. Nee, das war nur... Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Das war einfach nur taktisch klug. Das war einfach so zu sagen. Das ist ja auch schwer, da rauszugehen. In die große, weite Welt. So ganz alleine. Mehr als bereit. Nicht jeder ist so forsch wie ich. Fängt der klein zu heulen, oder? So. Das war jetzt taktisch einfach nur klug. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, das ist besser so. Gemeinsam triumphieren wir. Warte, diese scheiß Fenster braucht kein Mensch. Die können wir hier lassen. Was hat er da noch? Nix. Was hat er da noch? So, wir fahren aber gleich weiter. Flotte erwartet Befehle. Zu dem Hafen. Im Sause-Schritt. Aber Liedchen danke. Für den Rees-Harp. Sieben Monate. In die Takkelage. Was hat er denn hier noch liegen? Nimm das doch mal mit. Oh, was ist das denn? Cool, das ist ja gleich da. Der hat ja alles nah aneinander. Das ist so gut. So. Ich weiß halt auch nicht, ob das reicht, ob die Flotte reicht, um seine Inseln wegzumachen. Aber werden wir gleich sehen. Aber wenn wir gleich sehen. Ich will hier bitte mal auf das schießen, was ich sage. Ich will hier bitte mal auf das schießen, was ich sage. Klopfe bereit zum Feuer. Klopp zum Angriff. So, einsammeln. Tja, das ist nichts im Vergleich zu Willys Expansionswunder. Neue Befehle? Ach, Willi. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ziel, Alter. Bei vielen ist das auch manchmal gar nichts. Neue Befehle? Ist ja nichts. Oh, der hat aber meinen, ah ne, Schlagkreuzer ist noch da, da hinten. Mehr als bereit. Nähmaschinen. So, heil ich die jetzt. Ei. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Schön, dich zu sehen, Onkel. So. Das sind wieder ganz schön viele. Fünf. Lotte, zum Angriff.